Die indische Massage ist eine jahrtausendealte Tradition zur körperlichen Stärkung, sanften Entspannung und, in ihrer erotischen Variante, sinnlich-sexuellen Freude. Die sanften Techniken des Streichelns, Knetens und Zupfens erzeugen ein Gefühl intensiver Entspannung und völliger Ausgeglichenheit. Rhythmische Akupressur bewegt den Körper, massiert die Muskeln, Sehnen und Banda und lockert die Gelenke. Dadurch wird die Körperenergie positiv beeinflusst und die Lebenskraft gesteigert. Die indische Massage blickt auf eine lange Tradition zurück. Schon die alten Inder gingen davon aus, dass körperliches Wohlbefinden nicht zuletzt eine Frage der Energie ist. Sobald diese im Körper nicht mehr richtig fließen kann, wirkt sich das negativ auf die Gesundheit aus. Verspannungen, Schmerzen und mentale Unpässlichkeiten können die Folgen sein. Derlei Erschöpfungssymptome sind heutzutage oft Begleiterscheinung von zu viel Stress. Daher werden sanfte Berührungen zur Entspannung laut BID.de immer beliebter. Müde Augen, Spannungskopfschmerzen, Depressionen, Angstzustände. Gegen solche Symptome ist die indische Kopfmassage, genannt Kampissage, traditionell ein wirkungsvolles Gegenmittel. Sie verbessert die gestörte Balance von Körper, Geist und Seele durch die Massage des Kopfkakras. Die positiven Auswirkungen der traditionellen Massage sind nicht nur auf der Kopfhaut zu spüren, sondern auch im Gesicht, an den Schultern, am Nacken und an der oberen Rückenpartie. Schmerzen können so gelindert, Denkvermögen, Kreativität und Konzentration gesteigert werden. Duftende ätherische Öle machen die indische Massage noch wohlduender. Der Vorteil der Kampissage ist, dass man sich dabei nicht vollkommen entkleiden muss. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Ernährung Abnehmen Fitness Gesund leben Krankheiten Symptome Kindergesundheit Ernährung